malzeit leute jump here press any key to continue heute spiele ich mal das world demo ich habe schon wieder vergessen um was es ging ich habe schon eine weile hier meine bibliothek auf steam aber französ ja kann ich doch options gucken wir mal hier rein auflösung bla 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 ich glaube das war ein adventure first person will ich das first person haben okay man muss ja wohl schießen third person third or first okay das lass ich erstmal so w a s d aim equip reload ich gehe jetzt davon aus dass es hier sowieso noch irgendwie so ein tutorial gibt also lassen wir das so und fangen an new game immer gespannt was das war ich habe das untergeladen was mich interessiert hat mal an to war und euer rake anew agent up the or die objektiv ist auf indem joe objektiv obрез der experimenten dort vom email ab uc cz ist in ab also man muss so besorg das es gibt zwei welten und die eine weiterung von anderen wissen und dann umgekehrt wie sieht er denn aus geil kann ja schon irgendwas der kann nichts okay jetzt versteht man die sicht so ein bisschen das ist auch für das zielen gedacht jetzt die personal computer controls ich lese jetzt hier nicht alles durch das könnt ihr euch selber machen könnt ihr selber durchlesen wenn ihr unbedingt auch drauf habt da klar hier ist der indicator da sehe ich ob ich ein stealth bin oder nicht kriechen ist cb ok danke also hier haben wir griechen Mit X kann ich jetzt noch nichts machen, mit Storn kann ich jetzt auch noch nichts machen, cool, wir müssen irgendwie mal rauskommen hier. Jetzt weiß ich nicht die, naaa. Okay, die ist verschlossen. Die ist auf. Wer ist Ellen hier? Tis, 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 tis. Okay. Hm. Soldaten, auch gesperrt. Oh, springen kann er auch. Mit einer Verzögerung von ungefähr einer Sekunde, naja. Kann ich hier, ach ne, die ist auch. Gut, ich bin jetzt draußen. Wo bin ich jetzt? Laboratorien sind auch noch geschlossen. Hm. Okay, also ich bin wohl noch hier im Laboratorium. Oh. Waffen, Waffen, Waffen. Ja. Ja. Wie ist denn da hier? Schaar 21? Sob Maschine Gun. Oh, das klingt geil. Sob Maschine Gun, ist gut. Sob Maschine Gun, ist gut. Was ist zwei von vier? habe ich gar nicht okay die kostet 800 punkte ich habe 25.000 schalldämpfer könnte ich auch noch 15.000 echt jetzt 15.000 dann lasse ich den weg die order was sind die order 90.000 punkte 60.000 punkte alles klar die werden jetzt doch schon das scharf schützengewehr damit bin ich eigentlich selten gut in irgendwelchen spielen von daher ich kaufe ich auch erst mal das ding falken mamba ich habe die clips jetzt sehe ich es erst mal ich habe ja die waffen ich kaufe die clips hier ach mensch ok wie benutze ich die waffen ja auch keiner gesagt outfits so was hat er denn hier feinern stealth das habe ich schon 15.000 150.000 lm admin equipment was nie von equipment medikid blitzgranaten blitzgranaten explosiv und medgoes copy auch ich habe auch nicht mehr zu viele punkte sagen wir hauen mal rein hier bisschen eintönige sehr ruhige musik ist ungewöhnlich also ich meine ich davon aus dass es hier ein schulterspiel sein soll was soll ich hier drüben machen ok wusste ich doch der hat jetzt erstmal arbeit für dich ok sag mal du hast suraya terriera einer unserer soldaten wurde von der mission getötet ok dann gehe ich mal raus und bin ich jetzt draußen oder oh ok und die handguns das brauche ich auch noch nein mann soll drauf ach ich muss ja einklicken ahhh ich bin ja auch ein dummerchen ahhh so wenn ich mal sagen was haben wir jetzt und mit das war's kann ich jetzt raus hier ist das was was ist das select equipment medikids und radar da und noch eine granate so hier unten ist gar nichts da kann ich gar nichts annehmen ok mit zeit dass wir mal loslegen hier oder jetzt bin ich schon wieder hier also geht es hier raus und was ist das denn hier und dann wird der nervig ah hier werde ich raus transportiert wo nur ok hier ist ein checkpoint wieso wird der balken immer ok jetzt bin ich im licht ah alles klar bedeutet ich bin also sehr gut sichtbar gerade das ist über licht ich muss mich also irgendwie hier durch ich muss irgendwie durchkriechen ohne tür soll ich da nochmal lang gehen ja ich will das öffnen hallo ich krieg das nicht geöffnet muss ich dazu die waffen ablegen oder wie ja keine ahnung da haben wir ein bett ja also irgendwie muss ich ja da durch offensichtlich komische tür echt jetzt ging die auf wie im kirchen krieg ich keine tür auf was ist das denn echt jetzt ich bin schon tot what the fuck alter was ich bin jetzt schon tot ich bin jetzt mal im ernst das ist doch ein scherz oder alter ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt ich wollte mich verarschen ganz im ernst ich finde das scheiße ich finde das scheiße ich habe es nicht mehr im kopf wie die bewertung für dieses spiel waren aber was ist das für trotz jetzt mal im ernst was ist das für rot das ding bewirkt sich super klobig also da ist keine geschwindigkeit drin die die gegner bewegen sich viel schneller als ich mich und mir gefällt das nicht ganz im ernst wenn ich nicht wieder spielen schmeiß ich gleich runter hier die ganze vorbereitung hat ja länger dauert das irgendwie die die eigentliche action hier und weiß ich nicht ist nicht mein ding danke fürs zuschauen haut rein ich muss jetzt erstmal das ding durchschnieren also bis dann da ciao ciao